So Leute, ich prank gerade ein Mädchen aus meiner Schule. Darum habe ich sie auch eingeschweigt als Mädchenschule. Und wir pranken sie heute mit Lieb. Aber ich kann es auch erst reinstellen, wenn sie es erlaubt. Ich frage sie dann auch erst. Ich frage sie. So Leute, ich habe gerade eine Reaktion. Ich will mal die Reaktion wissen von das Mädchen. Wenn ich ihr schreibe, dass ich sie liebe. Das ist mein erstes Video auf YouTube mit Screenshots. Screenshots für YouTube mit einem Textschreiber von WhatsApp. Das ist mein erstes Video auf YouTube dann. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich und leitet das Video, dass ich dann noch ein anderes Mädchen pranken kann auf WhatsApp. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Die hat erst M geschrieben mit zwei Fragezeichen. Ich checke es nicht, wieso sie immer... Euhm, ich bin gespannt. Entschuldigung. 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 aber das ist für mich jetzt auch ganz heimlich wenn ich es zu den anderen Mädchen schreibt viel zu baut dass ich sie geprankt haben und es ist auch peinlich dass ich ihr schreibt dass ich sie lieb dass wir da auch noch fünf minuten 32 konnten laufen so habe es gesetzt von youtube weil ich noch keine 18 bin und pro tag wir da wieder zwei wieder stellen jetzt hat sie geschrieben sie haben vergeben hat geschrieben mein video darf noch genau zwei minuten lang sein sie haben sie haben Ja. Ja. Doei.